Jetzt ist sie von Autosomischen geschlossen. Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Trisfusion mit dem Jukla Domodlight. Oh mein Gott. Ich bin Jukla. Denn ich muss jetzt vollgezwungene Ansage machen. Ich hab noch nie so beschiss in die Kamera geguckt. Oh mein Gott. Denk ich mir auch immer. So, jetzt wollen wir mal mal ernst. Jukla meint, wir streiten 4 Minuten. Wenn man diese Umgebung sieht. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Hä, was ist das denn? Wow. Alter, das ist so voll der Zauberwald. Ja, ich hab auch voll die Zauberlegs. Überhaupt nicht am Leggen hier, ne? Nee, überhaupt nicht, Alter. Das ist so schwer die Map, Alter. So ein Scheiß. Guck mal, easy. Easy. Einfach im Flow sind sie. Guck mal, null Fehler. Hä? Ist das jetzt echt ne Schwermap? Das ist ne easy Map. Ja, null Fehler. Null Fehler, Junge. Was geht's? Tja, wo bleiben denn die... Ja, wo bleibt ihr denn? Ich hasse diese. Wie du... Was macht ihr, Junge? Ihr könnt einfach voll durchrasen. Ey, da bricht alles zusammen, Alter. Ja, hier bricht irgendwas. Sieht euch rein. Der passt auf einen Mann. Oh, oh, shit. Oh, shit. Was macht Tim, was macht Tim, was macht Tim? Er rutscht aus und fällt hin. Ohhhh. Ich muss ja echt mal die Schuld von mir nehmen. Und sagen, dass die Map, sobald man stirbt, einen auf dem anderen Bildschirm bringt. Und ich dachte, er lädt. Das verstehe ich nicht. Normalerweise, wenn du stirbst, liegst du hier dann einfach rum. Jetzt kommen die beiden schweren Lips. Aber hier... Also, wenn mir das so wirklich weiter geht, dann hat Jukla recht. Dann machen wir die Maps in 4 Minuten, ne? Die Map war echt kacke. Die hat richtig hart geruckelt. Das war ja richtig scheiße. Oh, shit. Oh, shit. Oh, what is das? Oh, okay. Oh, shit. Ja, erst... Nach 5 Minuten schalte ich hier dann ab, ne? Dann mein schwarzes Bildschirm. Dann schalte ich wieder, wenn ich irgendwo am Ende bin. Ach so. Du machst aber trotzdem die Zeit, die du gehangen bist, machst du einfach schwarzen Bildschirm. Ja, genau. Ich lass nur Audio laufen. Lass nur Audio laufen. Hat schon einer drüber geschafft, ne, ne? Nee. Kann man das überhaupt? Ja. Hey, man hüpft immer von dieser Rampfe weg. Das ist richtig scheiße. Mann! So, die auch. Okay. Boah, das ist wie ein Orgasmus. Das ist wie ein Orgasmus. Das ist wie ein Orgasmus. Hast du's geschafft, ne? Geht denn bei dir so Orgasmus, oder was? Nein, ich war schon fast am spürzen. Also, das geht nicht. Ich hab auch junge Zuschauer, ja? Das ist jetzt wirklich, also... Ach so. Ja, leu, ich mach das halt für meinen FSK 18 Kanal alles. Deswegen sitze ich auch nackt vor. Oh, ich hab's geschafft. Oh, shit. Das kann nicht wahr sein. Oh, Gott. Warte, ich krepiere hier. Nein! Nein! Oh, scheiße. Das... Hey, wie macht man das, Poker? Nee, das schneid ich raus. Das war zu lustig. Das war zu lustig. Ah! Ah! Nein! 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 Das kann sein, dass der erst grad Tim voll runter geregelt hat. Das ist doch voll behindert, ey. Das ist doch... Oh, Mann. Meine Mama sagt, mit viel Willen kann man das schaffen. Mhm. Man muss mit nem Hinterrad hochfahren. So freut sie schon. Boah, das hast du ja, also wow. Wow! Wow! Das ist... Mann! Als ob das nicht geht. Ich hab ja rausgefunden, dass man übrigens mit nem Hinterrad Gas gibt. Wow, revolutionär. Ich dachte ich muss durch Handbewegungen Geschwindigkeit aufnehmen. Ey was ist das? Wer jetzt erst 200 Federvoll hat? Soll ich mir nicht spielen? Boah ey, das ist ohne Witz, das ist ja richtig schlimm. Den ersten Checkpoint erreicht hat gewonnen. Wahrscheinlich geht die Map danach gar nicht mehr weiter, die hat nur diese Stelle. Ich hoffe das wie ich jetzt. Als ob das geht. Aber einfach schon 70 Fehler hat. Oh come on. Nein, nein ich war obendrauf. Ja ich war auch schon obendrauf aber auf dem Rücken. Ja ich war auch. Ja super nützlich. Ich war ja schon bei der anderen Seite aber das ist einfach eine fucking Rampe. Und die muss man auch noch fahren. Ja das ist doch kein Problem danach. Also muss ich fahren in dem Spiel. Hä was? Ich will geschoben werden, hallo. Ich will eigentlich gezogen werden von Müttern, die LKWs damals auf DSF gezogen haben. Alter, die Mutter zieht LKWs. Hm, gut. Nein, guck mal wo ich hier bin. Die ganze Nacht. Ja Jukla. Willst du mich verarschen oder was? Ich bin danach gequashed. Ich hab's gesehen. Wir waren da gar drüber. Das kenn ich irgendwoher. Ich bin in die Schlucht gefallen. Ich bin auch genau in die Schlucht gefallen. Oh man das ist doch ne Kack. Erster. Aber so richtig. Ah, er hat 100 Jahre. Also ab 5 Minuten dann mach ich mal einen kurzen Cut. Zumal als Info. Lass ihn mal drüber. Lass ihn mal drüber. Oh mein Gott, was kommt denn hier für ein Satansritual? Was ist denn das jetzt für ne Scheiße? Ah, nice. Ausgequillte Kacke da hinten dran. Das wollt ihr gar nicht sehen. Mann, ey, krieg doch deinen Stiel drüber, Mann. Kann es so schwer sein, da mal einzusenken? Ohne Kacke. Der hängt ja ganz oben an der Rampe. Das wird mich ernsthaft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Poker. Oh mein Gott. Poker. Ich krieg hier ein Milchdichavus, ne? Oh, da kommt ein Geist. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh Gott. Hallo. Ich hab' Leid überholt. Ey, sehr wahrscheinlich hat der das doch ohne die Bange ausgemacht. Na! Hey, die Schrecke ist noch nicht mal lang, oder was? Soweit wie ihr da vorne seid. Aber geht nicht ins Ziel, okay? Wir haben ja ausgemacht nicht ins Ziel, bevor ich nicht den ersten Checkpoint mach. Ich mach jetzt das Spiel grad zum zweiten Mal aus. Domi, wie hast du das geschafft? Es funktioniert nicht. Boah. Alter, ohne Witz, ne? Stiftung Warentest hat gesagt, das läuft, aber das funktioniert so einfach nicht. Zeig sie an. Die Wegser. Mann. Ach. Tisch. Stiftung Warentest liegt. Oh, Mann. Alter. Oh, mit der Aggression, ne? Kann sie noch im Schach halten. Oh, ohne Witz. Weil ich seh immer diesen fucking Schatten hier von euch. Warte mal weggehen. Wundern sollst du da warum zocken aggressiv macht. Warum? Ich krieg mein scheiß Hinserrat nicht mehr drauf. Mann. Gewichtsverlagung. Was ist los hier mit dem Typ? Ich bin an einer Stelle, die kann man fast nicht schaffen. Die kann man nicht schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stelle, die du geschafft hast, Domi auch nicht schaffen kann. Da. Ihr habt bestimmt Denpack benutzt oder habt nen Pilz bekommen oder 3 Bananen oder so. Alter. Ohne Witz, ne? So, ich cutte jetzt hier die Scheiße für euch. Bis gleich. Man! Warte, warte. Oh warte, krieg drüber. Fick dich! Warte, 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 will du den Krieg drüber. Boah! Das ist das ist das das. Nein 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 nein. Wap 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 wap. Na wap wap. Alter, ey. Wer hat Domi das geschafft? Ja, Domi hat sich ja immer dauernd wüsste jetzt in Fallen. Warum geht der... Mann, was soll das? Domi, hi! Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ja nicht möglich. Ey Leute, bleibt da hinten. Ganz ohne Witz. Bleibt da hinten. Ihr wollt das hier nicht sehen. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Guck, guck, guck. Wir sollten das schaffen hier. Okay, wenn Leiter das sagt, dann bleib ich auch hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann direkt nach vorne. Ich hätte es jetzt fast geschafft. Oh Gott, oh Gott, Mama, Mama, Mama. Ja, Checkpoint. Du bleibst aber hier bei mir, ne, Cem? Ja, da, ich bin hier nicht, er ist absoluter Nutke. Wie ich da rüber bin, ist heute Abend um 12 Uhr. Kannst du aber wissen. Von 12 bis 8, ne? Die ganze Nacht auf DSF. Komm schon. Auch deine Fans können im Fernsehen sein. Oh, das gibt es doch nicht. Der war vielleicht zu hoch. Keine Weise. Oder nur so ein bisschen. Oh nein, Lumi, ich hätte fast geschafft. Alter. Ich auch fast. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's geschafft. Wie auch immer ich jetzt geschafft habe, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Mein Jungler macht doch mal was. Nehm mich doch mal da rüber. Warte, ich heb dich hoch. Ich heb dich hoch. Hilf mir. Oh mein Gott. Tim, du bist so schwer. Ich will doch nur hier rüber. Ich stelle jetzt mal so zwei Leute vor Supper. Oh. 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 Ich muss hier erstmal... Ich muss erstmal den Cambio zurecht rücken, glaube ich. Alter, jetzt hat sich's fast geschafft. Oh ich spring da jetzt rüber. Ich bin scheißegal, ich kenne dich halt. Das ist auch schwer genug. Jawoll. Hier. Was? Oh shit. Als ob ich den Checkpoint nicht erreicht habe. Hä? Ich bin im Finale gelandet, aber ich habe es nicht gezählt. Gibt es hier im Finale? Finale. Oh mein Gott. Wer war da? Voll so der Ding-Style. Komm doch nicht hoch, Domi zieh mich doch hoch. Lass dein Haar hinunter. Lass dein Haar hinunter. Na Domi. Hier mein Hinterrad. Nimm's. Nimm's. Juck dich, Micho. Warte ich schmeiß mich. Oh man. Alter das nächste wird viel schwieriger als alles andere. Oh scheiße. So knapp. So knapp. I'm so close to it. I'm so close to it. Oh man ey. Nee. Nein das kann nicht wahr sein. Ich gucke gleich den ADAC. Alter das funktioniert doch so nicht mehr. Ah die Web ist echt hart. Nee die ist nur schwer. Ja du wickst. Aber wir müssen auch bedenken wir spielen das erst zum zweiten Mal. Ja. Können wir alle am Arsch lecken ernsthaft. Warum machen wir das denn? Was haben wir davon? Dann lieben wir uns danach unsere Mutter. Danach weißt du wieder warum du deine Mutter liebst weißt du? Nein. Leute ich hab's geschafft. Leute ich hab's geschafft. Ich hab gar nicht mehr hingekommen. Ich bin ja bei dir. So. Danke. Sag mir dass du das nicht schaffst. Dass du das nicht schaffst. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich schaff das. Ist doch alles schlimm. Hop. 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 Fuck. Ey äh äh. Die ist eine wo Domi die ganze Zeit hängt. Leid hast du mit Bunnyhop gespielt oder ohne? Hä? Äh. 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 Ja ne 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 verstehe ich verstehe. Jaja. Ja klar. Ich bin ja voll der Bunnyhopper gerade. Du hast die andere Hard Map gemacht. Ja ich hab schon so viele Heschen gesehen. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Als dieses kommen die Schicks dazu und dann ist aber hier Leute. Müsst du den Bunnyhopp nach dem zweiten Sprung machen? Ja. I believe you have lost. Laber nicht. Kein dnhaft mann. Fittes! Fuck you! Oh! Poker, das war gut! Ja, das war richtig gut! Ja, wir schaffen sowieso nicht! Tim bemüht dich nicht! Na klar! Lang doch! Hä? Bei mir sieht das immer voll kugelt aus, dass du da machst, Poker, weil du immer zurücksetzt und dann wieder sofort beim Rennen bist. Ja, aber das sieht doch gut aus, immer! Ey, ich kann nicht auf Tim! Okay, egal! Die Federzahl! Ach, nein! Ich hab' euch erlöst, ja? Ja, danke, danke! Ich war vor dir! Ich war vor dir! Oh, oh, oh yeah!